hi leute herzlich willkommen zur nächsten folge zu meinem let's play vom spiel city skylines in der letzten folge wie man hier sieht das industriegebiet hat formen angenommen ich habe es ein bisschen weiter laufen lassen das ganze und wenn man hier auf diese stromkarte schaut sind alle gebäude mit strom versorgt ich habe ein bisschen nachgeholfen hier ein paar wagons hier in den wald reingesetzt beziehungsweise hier unter die autobahn ja das hätten die wahrscheinlich bis heute noch kein strom ja es sind einige hochhäuser errichtet worden vorsichtversicherungen ja natürlich sehr gut eine versicherung hier wurzeln schlägt ich habe das bürogebiet bisschen erweitert von hier oben bis hier runter beziehungsweise es war vorher nur dieser streife jetzt ist hier oben der streife auch noch dazu gekommen ja das macht nicht so viel aus ich würde hier gerne noch ein parkhaus hinzufügen denn so können die leute auch wenn sie zur arbeit fahren mit den privaten pkws oder wie auch immer oder in v gemeinschaften können dann auch hier irgendwo irgendwie ihre fahrzeuge abstellen warum nicht hier optimal okay die runden sind noch nicht ganz glücklich da können wir ein bisschen nachhilfe paradoxplatz so hier sie scheine warum sind hier nicht so gut gelaunt bringt das vielleicht was ja ja auf jeden fall okay die oben der sind nicht ganz kapiert machen was soll das hundepark ja immer gut hundepark für die vierbeiner oder was hier besser gewesen moment mal moment mal daher hier geht es nicht hier wird es gehen er verliebt wird hier so viel fläche oder 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 hier nee das bringt auch nix so jetzt nichts bringen das passt schon sowieso es ist ich habe das ganze gebiet nochmal unterteilt einmal hier grenzindustrie gewählt genau das ist jetzt jetzt gebiet und wird später mal holzgebiet und hier oben der rosenholz oder das rosenholz stadtviertel ich glaube rosenholz park gibt es glaube ich schon wenn wir nicht täusche das wäre dann einfach das hat dann einfach unbenannt weil sonst gibt es das eine viertel ja zweimal das wäre blöd und das wenn es hier kein erz mehr gibt das wird dann zum normalen industriegebiet das müsste ausreichen diese fläche also glaube ich zumindest ich könnte auch hier auf die karte noch mal schauen wo war es hier naturstoffe ja das dauert eine weile bis hier eisen jetzt abgebaut wird hier unten sind eher mehrere bäume als erz jetzt aber trotzdem werden 315 einheiten pro woche abgebaut ja wenn es irgendwann mal null einheiten sind dann weiß ich ja ok es ist auf jeden fall nichts mehr da hier wird ein bisschen was abgebaut hier ist schon grün das ging aber schnell ja müllproblem ok ok ich glaube allgemein muss ich mal ein bisschen schauen dass hier mich um so standardmäßige sachen wie müll und abwasser ne abwasser ist ja geregelt strom haben wir ja müll 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 müllversorgung müsste eigentlich passen oder halt hier haben wir recycling center hier haben wir large recycling center das wäre das kleine das kleine recycling center das müsste wir hier völlig ausreicher wo bauen das sind wo könnte man das sind bauen hier nicht das wäre nicht so gut ja hier eine straßenecke oder so oder denke schon der erste müllfahrzeug macht sich gleich auf den weg oder mehr eine müllfahrzeuge ist die einbahnstraße naja genau die fahren weil weil hier von draußen müssen es theoretisch in diese richtung fahren denn hier ist durchgezogenen linie da kann man nicht drüber fahren jetzt müssen die theoretisch hier aus herumfahren ja super das war das war eine schnappsidee jeder stellen was daher 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 vielleicht besser das kann man hier wieder industrie industrie machen die strom überhaupt ja haben sie natürlich haben sie strom ist eine bus haltestelle oder wenn ich noch ein stückchen weiter rüber setze quasi daher optimal würde ich sagen dann passen dir diese streifen mit der einfahrt überein also quasi der streifen wo jetzt kein grünstreifen ist also hier ist kein grünstreifen sagen wir so wenn die vor der autobahn kommen können die kerzen gerade hier rein fahren also könnten wenn sie möchten okay das wird es wahrscheinlich weil da ein basiertes gebiet sich entwickelt hat das war ja kurz mal schauen wo waren wir denn das war hier unten auch nicht anders da und wenn man jetzt diese karte diese karte katze sage ich diese katze diese karte anschauen sieht man sich überall industrie ja zwischendrin so kleine flecken wo es nichts ist aber hier forstfreunde hier gebaut pellet brennstoff ag ok aber wie man sieht hier in dem gebiet ist schon einiges los hier sind so viele lkw und es kommen so viele lkw zum bahnhof dass sie immer wieder stau gibt es ja gar nicht mehr auf die einzug steht hier den nächsten müssen auch bald kommen jeder zug fährt los als ich schon nächste habe ich gehört wahrscheinlich jedes büro gebiet ist auch schon entwickelt ja hier sind noch paar freie fläche das 12 halt was haben wir hier ein fehler sagt besser können ja größeres gebäude entstehen oder ja muss ich unbedingt hier so eine u-bahnstation deswegen warum 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 war dann nichts hier ist was okay das passt ja als irgendwas übersehen jetzt sind heute nicht mehr siegen gebäude jetzt nicht mehr gespawnt oder was oder wie oder sei vor beim durchschauen der stadt karte schon gesehen dass irgendwo nun war auch so eine freie fläche auf einmal hier schaut es ganz gut aus jetzt auch irgendwo freie fläche sieht es also hier in der stadt wo ich jetzt nicht gesehen habt schreibt es einfach in die kommentare mit minutenanzahl also zum beispiel bei minuten 5 5 5 minuten und 32 oder sowas dann schauen wir das zähne an und dann ja können wir stehen hier ist eine feuerwehrstation hier brauchen wir nichts machen denn hinter der feuerwehrstation kann nichts gebaut werden war schon so große stadt echt hammer hier ist noch so viel platz ich will ja auch nicht alles voll fahren sind wir hier hier geht es nicht warum ist hier nichts hat mal sekunde das weg machen fast draußen als wir lernen gibt es nein geht doch warum war der vorher nichts muss man sich verstehen oder schneller speichern mit f1 spiel bleibt stehen oben steht rechts oben steht verpacken was das entweder zerfällt die stadt oder so ich habe die die art die maximale anzahl an grundstücken schon aufgebracht oder so keine ahnung aber dann müsste es vielleicht jemand mal sagen dass ich bau und bau und bau und dann irgendwann schaut die stadt aus wie ein schweizer käse aber wie es sieht es eigentlich ganz gut aus jetzt passt alles hier das ist gewollt es soll nichts gebaut werden hier auch denn es zu nah an der bahn die zweite bahnhof hat sich wirklich schon bewährt also ja also dem wo soll ich jetzt auf den ersten blick sehen wo irgendwas frei ist irgendeine fläche hier oben die fläche ist immer noch frei keine ahnung was das soll hier keine ahnung wenn erst hier eine straße in bau und wieder abpresse ist immer noch da irgendwie ein bug oder sowas mir schon wieder eine pm geschickt von euch zuschauen ist immer nett ich freue mich immer wieder wenn es nett gemeinte oder gute gut gemeinte ratschläge sind aber schreibt es auch bitte in die kommentare dann haben die anderen zuschauer auch was davon und können auch mit diskutieren ja gemeint ja ich hätte zu wenig wohnfläche ich soll mehr wohnflächen bauen da kommen auch mehr leute in die stadt ja könnte man könnte man könnte man hier sind freie fläche hier sind freie also solange die flächen noch was ist hier los noch nicht gebaut worden werde ich keine wohnfläche mehr errichten hier ist alles verbaut das passt ja wohnen gewerbe hier ist nichts das passt so soll es auch sein hier ist industrie da wohnt keiner oder will keiner wohnen jetzt auch industrie ja wo sie was am besten ja genau hier sehr gut hier sieht man überall freie fläche freie fläche frei 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 gewerbe fläche genauso und was gewerbe fläche und hier immer noch so rund about 300.000 einwohner aber andererseits wenn ich das weg wenn ich hier schaue 57.000 57.000 57 prozent arbeitslose bürger das ist schon mal ja ordentlicher balkner bevölkerung 296.000 angestellte 108.000 jetzt habe ich in der letzten oder vorletzten folge schon mal angeschaut ist alles industrie industrie hier wohnt keiner deswegen sind auch keine wohngebiete normalerweise ich verstehe es nicht die arbeitswege sind es auch nicht so lange die leute könnten ja direkt mit der u-bahn oder mit anderen verkehrsmitteln direkt zur arbeit fahren die müssen ja nicht mal mit dem auto fahren wird auch wesentlich schneller gehen aber trotzdem wollen keine leute in die stadt kommen genauso wenn man hierher schaut hier sind auch wohnfläche wohnflächen direkt neben gewergebieten und direkt neben bürogebieten also noch geiler geht es nicht flughafen macht es nicht so viel lärm also die wohnungen sind nicht direkt in der einflugschneise ja okay die schon aber die da oben überhaupt nicht null lassen ähm halt genau 57 prozent verfügbare arbeitsstellen 127 angestellte bürger okay das muss man das darf man nicht so sehen wie es da steht weil das wäre verfälscht ähm also erwachsene halt äh senioren müssen wegrechnen denn kinder und senioren gehen logisch also nicht zum arbeiten sind 30 prozent was wegfallen okay 12 prozent jugendliche fallen auch weg das sind 42 prozent also sagen wir mal die hälfte ungefähr 150.000 leute die wo arbeiten könnten sogar theoretisch mehr aber verstehst du ja viel arbeitsstellen ich hatte auch genügend arbeitsstellen eigentlich oder bei noch mehr industrie ich glaube es kam wenn man hier schaut hier alles frei 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 hier will keine arbeiten anscheinend hier ist auch alles frei hier gebiete gibt es und was es wird eigentlich viel zu viel produziert hier gibt es auch genügend arbeitsstellen was soll ich dieses gebiet mal aufwerten also mit einer vernünftigen straße vielleicht bringt es ja was aber ich glaube es kaum wir haben hier eine straße wo man parken darf hier fehlt hier kein bus dann können wir das jetzt zur einbahnstraße machen wir fahren die fahrzeuge ja egal passt schon einbahnstraße hin oder her das ist nicht die welt hier werden auch arbeiter gesucht nicht genug arbeiter ich verstehe es nicht irgendwas mache ich falsch anscheinend also vielleicht irgendein spezialgebäude setzen halt äh wo waren die space shuttle stadt gelände obwohl ich könnte als er doch ein bisschen zu außerhalb oder es ist zu außerhalb der stadt wo hier die stadt gelände fährt es geht nicht immer straße ja ich weiß trug scheiße oder direkt hier rein in das gebiet ist das ist auch geil aber wenn das mal das industriegebiet wird was andersherum genau machen wir das zum normalen industriegebiet und das da oben machen wir zum forstgebiet genau so bei einer buslinie ok bus passt so straße 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 kann die straße weg ne die muss weg sagen wir so wie es ist hier ist die feuerwehr die muss ähm da hier genau dann haben wir die feuerwehr da da kommt ein space shuttle startgelände äh startgebäude gelände gebäude könnte ja nicht ganz hm ja so ja mache sekunde das haben wir gleich und die straße nochmal neu äh nein das haben wir hier so ein schneidepunkt ähm ach so er springt immer wieder rüber warte sekunde da machen wir das weg 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 was alle huu seit wann ist der button da ja das geht nicht ich komme nicht näher daran oder geht das so er kommt mir wieder zu den punkten hier warum oh hmm entschuldigung so okay besser die feuerwehr kann umsetzen kommt daher die polizei wird umgesetzt kommt äh ja nicht wirklich so ja der park wird umgesetzt der kommt weiter rüber polizei wird umgesetzt kommt daher genau passt ja polizei und feuerwehr direkt am an den startgebäude von space shuttle äh waki was auch immer äh hier oben das wird nun umgebaut geht nicht ja okay okay das geht da war das mal groß durch zum industriegebiet äh jawohl sehr schön busse finden hoffentlich ihre fahrspuren ja haben sie gefunden hier unten werden wir das noch mal äh umbauen und zwar genau so sind gespannt wann hier ein space shuttle startet bäume haben eh genügend jetzt haben wir hier natürlich die falsche industrie hier ist erzindustrie so 0 besucher hey jetzt auch eine bushalterstelle direkt am an dem space shuttle start rampen center space shuttle startgebäude genau bringt jetzt wahrscheinlich nichts für die region kostet aber 1600 credits natürlich also pro woche das ist einiges ja ich glaube kaum dass sich das was ändern wird hier können wir sind terraforming machen dass es wieder ein bisschen angepasst ist was ist da los spiel bleibt kurz stehen na äh machen wir was anderes ein bisschen absenken ein bisschen rausziehen das ganze ja ups nein das ist wieder passiert sei wieder falschen button gedrückt ja komm nein nach oben muss man es nicht verstehen nee lieber nicht ja okay besser nee nicht wirklich aber warum 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 ja okay ja lassen wir es so okay hier ist eine firma gerade weggefallen warum denn egal egal paar Stunden ja gut dann würde man sagen war es das für diese folge vielen dank fürs zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder wenn es heißt let's play city skylines also macht es gut gut bis dann tschau